Das sind Bebe und Tina, auch Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind. Such dir eines der Pferde aus, damit dein Spielstand gespeichert wird. So kannst du jedes Mal dort weitermachen, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu Bebe und Tina, Mikos großer Auftritt. Es gibt ja einige CDs von Bebe und Tina, beziehungsweise einige Spiele davon und wir werden alles durchspielen. Yep, also wir probieren es, wir sind ambitioniert. Wir haben jetzt nicht alles zu Hause, das ist jetzt so das Letzte, was wir gerade noch da haben. Aber wir müssen halt über Ebay und so dann halt schauen, wo wir das Zeug noch herkriegen. Das ist ja zum Glück noch relativ gut möglich und dementsprechend sehe ich dem positiv entgegen. Und also freut euch noch auf viele weitere Spiele. Wir wollen auch die Wendy-Reihe noch spielen und solche Sachen. Also alles, was mit Pferden und bla 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 zu tun hat, werden wir auch noch vielleicht Abenteuer auf dem Reiterhof. Ich wollte gerade sagen, Abenteuer auf dem Reiterhof wäre auch noch eine Sache, wo wir spielen können. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und noch besser schreibt es uns auch in die Kommentare, ganz wichtig. So viel mal vorneweg. Jetzt kümmern wir uns um die Pferdchen-Auswahl. Also was gefällt dir denn? Ich bin für den Schecken. Ich liebe Schecken schon immer. Und den Schecken unten links, oder? Ja. Genau, mir gefällt der auch am besten. Gut. Ich bin übrigens kein Pferde-Profi oder so, ich kenne mich null aus, also wundert euch nicht. Tina, ich freue mich so auf Mikosch. Ist das nicht toll, dass der Graf ihn für das Schlossfest eingeladen hat? Ja, klar. Och, Bibi, kannst du es denn noch aushalten? Kaum. Ach, Tina, bist du etwa neidisch, weil dein Alex seine Tante Heidchen abholen muss? Von wegen. Ich freue mich auch auf Mikosch. Ich bin gespannt, was er und Babuschko auf dem Schlossfest vorführen werden. Der Graf hat gesagt, dass ihr Auftritt der Höhepunkt des Festes sein wird. Ah, von Mikosch nur bleibt. Bibi, der Weg aus Ungarn ist weit. Ich würde ihn ja auch gern mal wieder auf Schempel besuchen. Bitte gerade. Achtung, Bibi, der Wegweiser. Du hältst ihn ganz schief. Bibi! Was? Ach schon, jetzt hält er. Ein bisschen weiter nach rechts. Ja genau, wenn sie ganz interessiert, hält er fast. Prima. Ah, die fleißigen Helferinnen. Das sieht ja schon gut aus. Danke, Herr Graf. Es ist ein verdammtes Schild. Ich habe zu danken. Ja. Sehr gut habt ihr das. Kann man nicht viel falsch machen. Jetzt steht meinem Sommerfest ja nichts mehr im Wege. Das war das Wichtigste, das Schild. Und das halt jetzt so? Okay, gut. Mikosch! Das ist Mikosch mit Baboschko! Oh, ein hübscher Kleiner. Wer ist denn das? Hallo, Mikosch! Guten Tag, Herr Graf. Hallo, Tina. Hallo, Bibi. Hallo, mein lieber Graf von Falkenstein. Freut mich außerordentlich, dass ich jetzt hier bin für Ihr sommerliches Schlossfest. Thank you für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass Sie kommen konnten. Aber nein, die Freude ist ganz meinerseits. Tina, warum redet der so geschwollen? Gute Frage. I don't know. Ich weiß es einfach nicht, Milady Bibi. Meine Damen. Psst. Willkommen, Mikosch. Wie ich sehe, hast du Lord Pendleton bereits unterwegs kennengelernt. Yes, indeed, das hat er. Wir sind zusammen Zug gefahren. Der junge Herr hat mir alles über sein wunderbares Pferd erzählt. Baboschko. Die beiden werden bei dem Fest auftreten, nicht wahr? Ja, aber natürlich. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Das war eine super Idee. Zeige mal her. Ja, jetzt dürfen wir auch endlich mal was machen. Upsi. Das ist das Familienwappen der Pendletons. Nicht sehr einfach. Es wurde unserer Familie im Jahre 1738 vom englischen Königshaus zu erkannt. Ja, allerdings, der Stammbaum der Pendletons reicht sehr weit zurück. Es wird euch interessieren, dass die Familie eine berühmte Zucht englischer Vollblüter besitzt. Wirklich? Ja, wir kennen uns von den großen Pferderinnen in Eskert. Lord Pendleton hatte dort auch einige Pferde am Start. Und, haben Sie gewonnen? Nun ja, einige schon. Es war ein recht erfolgreiches Jahr, wenn ich so sagen darf, junge Dame. Nun, ich würde sagen, wir beide trinken jetzt einen Tee zusammen. Und dann bringe ich sie in ihr Hotel. Perfect. It's tea time. Ach du Schuss. Gott, immer dieser Mix aus Englisch und Deutsch. Gibt es ja viele, die das heutzutage machen. Nun, junge Dame, mein Herr, wollen wir zum Martinshof reiten? Ja. Euer hochwohlgeboren Baboschko wünscht, auf die Koppel zu gelangen. Gut, jetzt haben wir alle genug gesprochen geredet. Hat er eine gute Reise? War ein bisschen lang für Baboschko. Hä, Bibi, wir sitzen da. Wo ist denn Alex? Schön den Arsch weichklopfen wie so ein Schnitzer. Er holt seine Tante Heidchen ab. Ach komm, Tina. Stell dich nicht so an. Die Natur ist schön. Zum Fest ist er doch wieder da. Oh, jetzt geht es aber rasant. Hallo Mikosch. Guten Tag, Frau Martin. Ich wollte mal sehen, wie weit ihr seid. Ich habe dem Pferd noch etwas mitgebracht. Schaut mal. Wo ist denn Baboschko eigentlich? Karotte, Apfel, was noch? Sieht so, tafelschreifend. Ja schon, beide, beide. Beide schauen so verzweifelt rein. Ja, jetzt darf ich erst mal gucken. Erst mal die Details bitte. Schon. Oha. Das muss unbedingt wachsen. Schau mal, wie die in die Höhe geschossen ist. Nur weil wir sie angefasst haben, was wir für magische Kräfte haben. Ich weiß, dass es euch langweilig ist. Sehr schön. So, jetzt habe ich den Garten noch ein bisschen verschwindet. Sind die Vögel auch versorgt mit Sonnenblumenkern? So, wunderbar. Den Korb stellen wir in die Pferdekiste. Prima Idee. Übrigens gibt es gleich Abendbrot. Ja, ich habe schon solchen Hunger. Wir putzen nur noch Baboschko. Dann kommen wir, Frau Martin. Ich brauche noch ein bisschen Hilfe in der Küche. Da steht wohl woanders. Soll ich mitkommen, Frau Martin? Nein, Mikosch, ich mache das schon. Bis gleich. Das ist dein Pferd. Baboschko. Sind wir allein? Oh Gott, bist du dreckig. Eie, wo war der denn? Im Kamin oder was? Ja, jetzt hast du dir ein Leckerli verdient. Ein Leckerli. Klickst du hier, dann siehst du, was Bibi und Tina alles dabei haben. Ja, wir haben ja diesen. Jetzt kannst du Baboschko eine Möhre oder einen Apfel geben. Oder beides. Oder beides. Er hat beides verdient. Ja, ich würde ja gerne, aber irgendwie geht es gerade nicht. Ja, das schmeckt. Achso, er sagt auch. Die Kinder haben bestimmt Durst. Bestimmt. Super. Ich kann dir das jetzt Baboschko. Achso, trinken darf er nicht. Wir putzen jetzt erstmal. Super, wir dürfen Wasser einlassen, aber trinken. Nein, nein, nein. Das kannst du Baboschko putzen. Ja, dann los. Jetzt muss man wieder die richtige Reihenfolge wahrscheinlich haben. Ach, was du nicht sagst. Zum Glück kennst du dich aus. Ich weiß. Dann löst sich der grobe Schmutz schon mal. Ey, weiß. Du, hier hat die Klappe. Ja, aber ich bin ja auch kein Pferde-Profi. Deswegen ist die Erklärung ja ganz gut für mich. Und vielleicht für manche da draußen auch. Auch wenn die meisten vielleicht sich mit Pferden auskommt. Ach, dieses Geräusch, das hört sich so gut an. Ich reite halt schon, seit ich elf bin. Dementsprechend kenne ich mich schon ein bisschen mit Pferden aus. Nee, das geht nicht. Okay, in manchen Spielen geht das, dass man dann auch über den Schweif muss. Am besten nimmst du jetzt die Kardecche. Das ist die Bürste. Das weiß ich. Gut. Damit bürstest du das, wenn es sauber ist. Dann kommen wir eigentlich auf den Namen Kardecche. Wenn man nicht einfach Bürste sagen kann. Warum? Wenn das jemand weiß, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt dürft ihr alle euer Pferdewissen rausballern. Das ist jetzt außensweise mal was, was ich nicht weiß, weil ich mich damit nie näher beschäftigt habe. Ich glaube, es ist das erste Spiel mit Pferden, oder? Auf unserem Kanal kann das sein. Ich glaube schon. Das ist wohl die Premiere. Vorsicht, dass es nicht zieht, wenn du Mähne und Schweif kämpfst. Also, Schweif kämpft man schon mal nicht, sondern man verliest ihn mit der Hand. So fängt es schon mal an. Nur mal so, by the way. Auch wenn es doch in echt auch so schnell gehen würde, oder? Das Putzen vom Pferd. Die Mähne kann man kämmen. Den Schweif kämpft man eigentlich nicht. So, man verliest ihn mit der Hand. Feinste Auslese, sozusagen. Ja, genau so ungefähr. Sehr schön. So, Mähne und Schweif sind jetzt fertig. Jetzt die Hufe. Auf jeden. Das ist der Hufkratzer. Damit kratzt du die Hufe aus. Ich kenne auch was. Das ist das Allerwichtigste. Wenn die Hufe nicht gut gepflegt werden, fängt das Pferd an zu lahmen. Das ist ja auch so eine Kunst für sich, ne? Muss man auch erst mal lernen. Wo man wie tief kratzen darf. Ja, gut. Ach, man sieht es gar nicht schade. Ich dachte, man sieht es jetzt im Detail. Nee, aber im Abenteuer auf dem Reithof siehst du es im Detail. Genau. Und jetzt das Huffett. Ja. Das Huffett nimmt man, damit der Huf nicht austrocknet. Das ist so ungefähr wie die Nagelflege bei der Dame. Das ist so ein bisschen... Genau. Genau, siehst du? Er sagt schon. Genau. Danke. Nette Kommunikation. Das ist auch drin, das hört sich so an, als wäre es leer. Schon, ja. Als würden die schon am Boden kratzen. Ja. Sehr schön. Super. Jetzt ist Baboschkor richtig gut geputzt. Wett. Deckel drauf. Sieh mal. Baboschkor fühlt sich wohl. Na du Wilder? Er genießt den Auslauf richtig. Mhm. Komm, Tina und ihre Mutter warten sicher schon mit dem Abendbrot. Mehr als drei Wochen gibt Tina zu nicht. Ich habe nämlich einen Bärenhunger. Bis morgen. Gute Nacht, Baboschkor. Gute Brücken oder was? Gute Frage. Steht da hinterm Haus jemand? Huch. Ah, es hat geregnet. Ist das matschig. Wo ist Baboschkor? Was ist denn hier passiert? Und warum ist das Tor auf? Stimmt, ja. Und Buchspuren sind hier und... Baboschkor. Jetzt brauche ich Sabrina und ein bisschen Hexerei. Baboschkor ist ausgerissen. Ich fange ihn für dich ein, Mikosch. Ene, mene. Eins, zwei, drei. Wie konnte das denn wieder passieren? Zaum und Sattel kommt her. Herbei. Hex, hex. Schau mal, dein Pferd schaut total unglücklich. Schon. Und Tina genauso. Was ist denn da los? Baboschkor einzuholen. Okay, was muss man machen? Ja. Reiten. Mit den Pfeiltasten wahrscheinlich. Nee, Start klicken wahrscheinlich, oder? Oder Erklärung. Baboschkor galoppiert mit großem Tempo voraus. Ich bin so euphobisch. Bibi und Sabrina müssen sehr schnell sein, um ihn einzuholen. Bibi braucht mir eine geradere Sitzhaltung. Wenn du willst, dass Sabrina schneller galoppiert, drücke auf die rechte Pfeiltaste. Okay. Soll sie langsamer werden, drücke die linke Taste. Hab ich fast gedacht. Hindernisse überspringt Bibi mit der Leertaste. Ach Gott. Ohne. Wenn du die Pfeiltaste nach unten drückst, duckt sich Bibi. Ach, auch noch. Reagierst du nicht rechtzeitig auf einen Ast oder ein Hindernis? Verweigert Sabrina. Dann prima. Bist du soweit? Gut, macht euch bereit auf ein paar Anläufe. Ja. Gerade in so älteren Spielen, das ist ja gar nicht immer so leicht. Ach so. Jetzt geht die Pfeilt ab. Ach, ich muss das gedrückt halten. Ah, ich muss gedrückt halten. Okay, das hätte man ja. Hätte man ja auch beinahe. Sehr schön. Oh Gott. Huch. Das ist gar nicht. Das ist für die Augen erstmal so eine Umstellung, wenn dann so das Zeug sich so bewegt im Hintergrund. So leicht verschwimmt. Gut so. Das ist bei dir auch so. Komisch. Das geht gerade. Okay, sehr gut. Ah, ich wusste nicht, dass das ein Hindernis ist. Ich wollte gerade sagen, du machst es sehr gut bis dahin. Du hast ihn sogar fast schon eingeholt. Aber ich bin mir sicher. Und der Baum. Also wir jetzt Steine. Ja. Machst du das sehr gut? Ja. Hast du schon mal gespielt oder was? Ne? Eigentlich. Wir haben nicht gleich Babosch. Ja. Baboschko. Genau. Das war eine komische Betonung. Ganz ruhig. Ja. Man hat eigentlich so große Augen, Sabrina. So kleine. Keine Ahnung, warum ist das Pferd allgemein so riesig? Hoffentlich kann Bibi Baboschko einholen. Er ist sehr schnell. Sabrina ist auch schnell. Und Bibi ist eine gute Reiterin. Ahaha. Sieh mal, die Hufspuren. Das Wappen ist halt drauf. Baboschko ist bestiegen. Etwas muss ihn erschreckt haben. Und dann ist er in vollem Galopp losgeprescht. Kann ich nicht, wenn die die ganze Zeit babbeln. Nee, ich weiß schon. Ich sag, er schaut euch das Tor an. So. Der Vogel wieder. Hast du was gesehen? Bleib her. Ja, bestimmt. Gesehen vielleicht, aber reden wir da nicht. Na gut. Da ist ja ein Wappen drauf. Das Wappen kennen wir doch. Ja, unser... Das Familienwappen der Pendletons. Tea-Time-Boss. Der Laut hat es auf all seinen Koffern. Das müssen wir Bibi zeigen. Ja. Wo sie nur bleibt. Bibi! Da sind sie. Ja, sie musste dein Pferd einfangen vielleicht. Sie muss immer die Arbeit für die Machen. Schon mal aufgefallen? Ja, das ist mein Babuschko. Ihm hat das alles gar nichts ausgemacht. Er sieht sogar richtig vergnügt aus. Oh nein, er so wird nicht verknüpft. Ruhig, ruhig, Babuschko. Ist ja alles gut. So, Sabrina ist jetzt sauber. Mikos, alles in Ordnung mit Babuschko? Ist er bereit für eine Dusche? Ja, es geht ihm prima. Er hat sich nichts getan. Nicht wahr, Babuschko? Hatten wir jetzt nicht genug Dusche letzte Nacht? Zeig Bibi mal, was wir am Tor gefunden haben. Oh ja, das ist ja schon wieder dreckig. Oh ja, sieh mal Bibi, das lag am Tor. Ist das nicht das Wappen der Familie Pendleton? Bibi schaut uns an. Na, guck mal. Ist doch seltsam, nicht? Naja, vielleicht hat Lord Pendleton ja gestern noch einen Spaziergang gemacht. Genau, Tina. Am besten bringen wir ihm das Tuch nachher ins Hotel. Glaubst du eigentlich selber, was du gerade sagst? Ich glaube, Babuschko möchte gewaschen werden. Ja. Ich glaube, das ist der Ärmste. Der Schlamm trocknet schon an. Joi, na dann schnell. Wir waschen dich, Babuschko. Gut, mach mal. Nicht erschrecken, Babuschko. Jetzt musst du schön sauber gewaschen, mein Guter. Das ist ja fein. Und dann ziehen wir ihn mit so einem Gummi ab. Ja. Scheint zumindest so. Ja. Gut, gut. Dann zeig mal, was du kannst, Melli. Spritz Babuschko ruhig ordentlich ab, damit der Dreck runterkommt. Richtig schön spritzen. Es muss noch Wasser und ein bisschen Pferdeshampoo in den Eimer. Okay, Wasser. Das ist jetzt so. Toll, das gibt richtig viel Schaum. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schwamm. Den haben wir auch. Zum Glück kann man natürlich wieder an alles wieder fluchen. Jetzt können wir Babuschko einschäumen. Man muss jetzt immer alles gedrückt halten. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber gut. So, jetzt haben wir einmal mit Deckweiß eingestrichen. So sieht das übrigens auch in der Tour aus. Ich finde, das Gesicht braucht noch ein bisschen Schaum. Oh, ein Schaumpferd. Ein Schaumpferd. Okay, der Schaum muss jetzt ausgespült werden. Dachte ich mir schon. Genau. Schön gründlich spülen, damit keine Seifenreste im Fell bleiben. Mach mal. Ja, das ist schön, Babuschko, was? Super. Wer feiert jetzt mehr? Jetzt trocktest du Mähne und schweif mit dem Handtuch. Ja. Genau. Und jetzt die Haare vorsichtig trocknen. Will ich ja, aber du babbelst ja die ganze Zeit. Oh, jetzt geht der ganze Dreck wieder runter. Nee, das ist die Feuchtigkeit. Ach so, okay. Soll die Feuchtigkeit sein, ja. Das ist quasi, wie wenn du mit dem Handtuch deine Haare drucken musst. Okay, okay. Nur, dass man da nicht so einen krassen Unterschied sieht, wie jetzt bei dem kleinen Babuschko. Nee, wahrscheinlich nicht. Für das Fell nehmen wir das Schweißmesser. Damit kann man das Wasser prima rausstreifen. Das ist nicht gefährlich an Schweißmesser. Nein, das hört sich so an. Mit dem Schweißmesser streifst du über Hals, Rücken und Bauch. Kannst du auch, wenn dein Pferd sehr stark geschwitzt hat, kannst du das auch machen. Mhm. Sonst werden Pferde krank. Schon fertig? Nein, eigentlich nicht, aber bei euch muss man immer alles gedrückt halten. Das ist neu für mich. Aber es ist so von der Handhauung erstmal ganz gut. Man muss jetzt nicht drei Stunden putzen oder so, sondern das ist im Verträgen. Das kommt dann bei Abenteuer auf dem Reiterhof. Ja, manche Spieler haben das ja, aber egal. Da kommen wir auch mit euch durch. Toll, Babuschko ist jetzt fertig. Na, jetzt fühlt ihr euch wohl, was? Ich könnte jetzt auch eine Dusche brauchen. Das kannst du aber hoffentlich alleine, oder musst du das auch Bibi machen? Bei der Hitze sind wir im Nu wieder trocken. Oh, Mutti ist da. Toll. Die Pferde sehen ja blitzblank aus. Der hat die neue Wendy. Als Belohnung habe ich euch etwas mitgebracht. Oh, das ist ja die neue Pferdezeitschrift, Mutti. Ich dachte, die sagt Wendy. Da steht was über das Gestüt Chendrö drin. Wegen? Chendrö, was? Was ist denn das? Die Pferdezeitschrift. So, lass uns. Hey, ich wollte. Nein, nimm die Zeitschrift mit. Ich muss mal die Kiste schreiben. Nein, ich will jetzt erst die... Du musst für deine Show üben. Nein, ich will erst die Zeitschrift. Nikos, hast du den Pferdepass von Baboschko? Der Graf braucht den. Er hat gerade angerufen. Ja, in der Satteltasche. Ich schaue noch mal nach. Warum ist denn die Satteltasche eigentlich am Boden? Ich will jetzt aber erst mal die Zeitschrift. Gute Frage. Ja, genau. Schauen wir uns nochmal an. Die neue Pferdezeitschrift. Super. Warum dein Pferd keine Frisuren macht. Ein richtiger Umgang mit Pferden. Na, dann gucken wir doch mal rein. Was steht denn so drin? Das ist das Inhaltsverzeichnis. Wir können uns hier einen Artikel aussuchen. Oder wollen wir einfach so durchblättern? Hier ist ein Artikel über den Sinn der Pferdehaare. Wollen wir den lesen? Ja, gerne. Ich muss nochmal anklicken, dann wird es ihn vorlesen. Pferdehaar. Achso. Warum dein Pferd keine Frisuren mag. Die Haare deines Pferdes haben vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Mit seinen langen Schweifhaaren vertreibt dein Pferd im Sommer lästige Fliegen und Bremsen. Ja, manchmal kriege ich Sabrinas Schweif ab. Das zeigt ganz schön. Außerdem schützt der Schweif vor Nässe. Das gesamte Fell des Pferdes wächst so, dass der Regen an den Haaren abläuft. Genau wie bei einem Ziegeldach. Der Schopf schützt die Augen vor Insekten und Nässe. Und die Fesselhaare schützen die empfindliche Fessel vor Nässe und Verletzungen durch Zweige, Steine, Schneeharsch und so weiter. Hm. Das war mir noch gar nicht so klar. Hier steht noch etwas Spannendes über die Haare am Maul. Das Pferdemaul bitte nicht rasieren. Die Tasthaare rund um das Kinn und Maul des Pferdes sind ganz wichtig. Das Pferd ertastet damit Dinge. So wie wir mit unseren Fingerspitzen. Das ist ja toll. Wer kommt denn auf die Idee des Pferdes maul zu rösen? Also teistet Sabrina mich jedes Mal ab, wenn sie an mir schnuppert. Ja, wer weiß. Aber ich finde es lustig, dass es so gemacht ist. Hier ist der Artikel über das Gestüt Schöndrück. Dann lernen die Kinder oder auch wir jetzt noch, wenn was man noch nicht weiß, so nützliche Informationen. Und das war eigentlich ganz gut gemacht. Ich fand dieses Bild auch geil mit diesem frisierten Pferd. Ja, lies her. Seit einigen Jahren tut sich das Gestüt besonders in der Robusthaltung hervor. Das bedeutet, dass die Tiere jederzeit, auch im Winter, freien Auslauf genießen, was ihnen offensichtlich hervorragend bekommt. Sie leben fast wie Wildpferde. Und das hat zu dem Namen der Rasse geführt. Diese Pusta-Wildpferde sind sehr starke, schöne Tiere. Allerdings, Baboschko ist ein wunderschöner Hengst. Schon jetzt gibt es Überlegungen, einige der alten Rassen, unter anderem das englische Vollblut, durch Kreuzungen mit diesen sehr schnellen, starken Wildpferden aufzufrischen. Mir ist das auch neu. Seht ihr? Uns auch. Also mir. Vom richtigen Umgang mit Pferden. Das Wichtigste im Umgang mit deinem Pferd ist Geduld und Konsequenz. Diese Auslauf nicht. Indem du deinem Pferd liebevoll immer wieder klar machst, was du von ihm erwartest, wird es lernen, sich daran zu halten. Wie interessant. Wichtig dabei ist, dass du deinem Pferd ausgiebig lobst und ihm ein Leckerli gibst, wenn es etwas gut gemacht hat. Baboschko verputzt auf diese Art eine ganze Menge Möhren und Äpfel. Mikosch hat ihm schon viel beigebracht. Ja, Baboschko bleibt zum Beispiel ganz ruhig stehen, wenn Mikosch ihm das sagt. Er muss nie angebunden werden. Ich will das mit Amadeus auch mal üben. Ja, mach das, Tina, mach das. Voltigieren. Akrobatik im Galopp. Hey, das ist so ähnlich wie das, was Mikosch bei seiner Show macht. Darüber möchte ich gern mehr wissen. Dann geht's vor. Das Voltigieren hat seine Wurzeln schon in den Reiterspielen der Antike und des Rittertums. Beim Voltigieren werden verschiedene akrobatische Übungen auf dem galoppierenden Pferd geturnt. Das Pferd geht dabei an der Longe im Kreis. Mikosch reitet aber ohne Longe. Voltigieren ist eine richtige Sportart, hör mal. Es gibt Wettkämpfe im Gruppenvoltigieren, Doppelvoltigieren und Einzelvoltigieren. Stell dir nur mal vor, was zwei oder drei Mikoschs alles zusammen machen könnten. Ah, das wäre toll. Ja, sieh mal, einige der Positionen sehen ganz ähnlich aus. Stimmt. Also dieses Voltigieren so mit einer Person kenne ich ja. Aber mit zwei oder gar mehr, das habe ich noch nicht gesehen. Gibt's ganz viele Videos auf YouTube. Hier ist noch so ein Pferdepass, das lasse ich uns jetzt aber nicht vorlesen, weil die lesen leider sehr, sehr langsam. Hier geht's ums Putzen. Lies gleich mal vor. Ja, aber interessant trotzdem. Ich lasse euch das jetzt mal da, weil die lesen sehr langsam. Wir können jetzt kurz Pause drücken und euch das durchlesen. Nein, bitte nicht. Die Rätselseite, super. Hier könnt ihr kleines Rätsel machen. Ach ja, das ist ja auch lustig. Ich habe schon sofort schon die ersten Fehler entdeckt. Ja, schön. Aber es ist wirklich cool gemacht. Ah, hier ist die Auflösung. Also, ne? Wenn ihr wollt. So, gehen wir wieder zurück. Wenn du hier klickst, beendest du das Spiel. Nein. Ja, cool gemacht, die Zeitschrift. Selten nicht gemacht. Das ist süß. Hä? Das kapier ich nicht. Was denn? Was ist denn? Nein, das ist weg, oder? Der Pass. Scheiße. Wo sind bloß Babuschkos Papiere? Ja, der hat bestimmt der andere geklaut. Ich hatte sie ganz sicher in meiner Tasche. Du findest sie bestimmt wieder. Ich weiß nicht. Ich begreife das einfach nicht. Ich schon. Mikosch, du musst jetzt für deinen Auftritt üben. Aber der Graf braucht doch Babuschkos Papiere. Ja, das vergiss mal für einen Moment die Papiere. Das können wir später auch noch machen. Probe ist auch wichtig. Die können wir später suchen. Lass uns lieber weitergehen zum Festzelt. Weil wenn du die Show verkackst, dann bringt uns das ja auch nichts. Okay? Deswegen. Ich freue mich schon. Tina, weißt du noch, wie wir mal versucht haben, im Stehen zu reiten? Jetzt kommt wieder ein Minispiel. Ja, das war ganz schön schwer. Babuschko und mir macht das akrobatische Reiten ein Riesenspaß. Es geht dabei vor allem darum, mit dem Rhythmus und der Bewegung Babuschkos mitzugehen. Ob ich nun Handstand mache oder seitlich am Pferd hänge, ist dabei egal. Hauptsache, ich halte die Balance. Wie lange bleibst du immer in einer Haltung? Ach, nur einen Moment. Dann wechsle ich. Wollen wir anfangen? Ja, wenn du uns sagst, wie? Mikosch reitet auf Babuschko. Habe ich mir fast gedacht. Er macht auf seinem Rücken Handstand und viele andere Kunststücke. Dabei muss er immer die Balance halten. Du hilfst ihm dabei, indem du die Pfeiltasten abwechselnd drückst. Wie? Wenn er sitzt, steht, Handstand macht oder in die Standwaage geht, benutzt du die Pfeiltasten links und rechts. Okay. Wenn er sich seitlich ans Pferd hängt, in die Fahne, benutzt du die Pfeiltasten oben und unten. Okay, wir müssen da, glaube ich, einen Test aufmachen. In Widerhaltung muss Mikosch eine Weile in Balance bleiben. Hat er das geschafft, wechselt er in eine neue Position. Wenn du soweit bist, klicke auf Start. So, also ich denke, wir müssen uns das mal anschauen, dass man das besser verinnerlichen kann. Aber ich denke, das ist genau das, was der liebt. Und hopp Babuschko! Oha! Okay, und was? Du hältst jetzt einfach nur die Position, oder? Ich versuche gerade auszugleichen. Jetzt macht er was Neues, okay. Joa, klappt das ja gut bisher. Machst du gut, gut, gut. Nein! Nein! Ah, schade. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Falsche, äh, falsche Pfeiltaste. Falsche Taste, oder? Okay. Ja, es ist ein Probedurchgang. Man muss ja erst sich immer mal mit der Steuerung vertraut machen. Ich meine, ihr kennt das ja selber von Spielen. Ihr werdet ja nicht nur Let's Plays schauen. Aber, Melly macht das sehr gut bisher. Dafür auf jeden Fall einen Applaus. Ihr müsst jetzt einen Applaus vor eurem Bildschirm machen, den wir leider nicht hören. Oh, aber noch keine Knochenbrüche, keine Unfälle. Würde sagen, läuft. Ah, oh Gott. Schaffst du das, du schaffst das. Ja, streck's durch. Ah, komm schon. Gar nicht so leicht, gell? Voll idiot. Ja, aber klappt doch ganz gut. Mein Gott. So schlimm kann's jetzt gar nicht sein. Äh. Was machst du? Hör auf damit. Oh. Mikosch. Das war's jetzt. Oh Gott. Ja, aber fast perfekt, oder? Das war ein paar kleine Wähler, aber mein Gott, war das erste Mal, naja, wie seine Nüstern flattern. Wahnsinn, was Mikosch alles kann. Ja, das war wirklich toll beim Training zuzusehen. Ich finde das, was er macht, viel besser als Voltigieren. Ich finde Voltigieren auch schön. In der Pferdezeitschrift gibt es einen Artikel darüber. Es ist alles schön, Mädels. Streitet euch nicht. Sonst stehen wir immer noch hier, wenn Mikosch mit dem Training fertig ist. Ja, Amadeus, du willst unbedingt los, was? Sabrina ist auch schon ganz ungeduldig. Lass uns zum Hotel reiten. Dann können wir Lord Pendleton gleich sein Tuch geben. Joa, gut. Ich würde es eher verbrennen, aber... Klickst du hier, dann siehst du eine Karte der Umgebung vom Martinshof. Mit ihrer Hilfe kannst du entscheiden, wohin Bibi und Tina reiten sollen. Machen wir das jetzt schon? Oder was sagt die Uhr? Ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon machen. Nein, machen wir nicht. Denn die Uhr zeigt, wir haben wieder fast die halbe Stunde erreicht. Joa, das ist euer Pech. Wir können zwar weiterspielen, ihr könnt aber nicht weitergucken. Ihr müsst aufs nächste Video warten. Aber so ist das normal im Leben. Man kann nicht alles haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, wäre auch ganz nice. Wie gesagt, es kommen noch viele, 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 viele weitere solcher Videos. Und ja, wir hoffen, ihr habt Spaß dabei, habt ein paar schöne Erinnerungen und hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss.